Alle guten Morgen miteinander, machen wir schnell ein kurzes Update, die hier sind. Ich bin gerade an einem Bericht von einem neuen Wassermanagementsystem und muss am Nomital, ich habe das Hof auf Reichertal, ich bin sicher eine Stunde weg. Ja, ich müsste dringend meine Garplosch noch schreiben und ich habe absolut keine Idee. Also falls jemand noch eine Idee hat, herzlich willkommen. Ja, ich habe am Nachmittag noch ein Interview, das kann ich per Telefon machen, mit einer Frau Schürmer zum Wandern, es ist Wanderleiterin. Swanderleiterin und Komplikaterin und Nachmittag kommen. In Do-Duur-N-I-N-E-I-N-G-E-T-G-T-G-T-G-T-G-T-G-T-G-T-G-T-G! Ja, ich verstehe aus! treadel dir in A-N-D-I-N-G-T-G-T-G-T-G-T-G-T-G-T-G-T-G-T-G-T-G! flتي einfach aus! wie ich mache mit einem E-N-D-D-I-T-G-T-G-T-G-T-G-T-G-T-G. Also лучше, wie ich sage in A-N-D-I-T-G, Hier ist Juchli von Willy Sowerbott. Grüezi Frau Schürmer. Ja genau, wir haben ja abgemacht. Wegen einem Interview hatten Sie gerade eine Viertelstunde Zeit. Super. Also meine erste Frage wäre gerade, wie lange machen Sie das schon als Wanderleiterin? Ja genau, wir haben ja abgemacht, wie lange machen Sie das schon als Wanderleiterin? Ja genau, wir haben ja abgemacht, wie lange machen Sie das schon als Wanderleiterin? Ja genau, wir haben ja abgemacht. Untertitelung des ZDF, 2020